Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zum zweiten Teil von Jagd auf Rang 1 in der 62. Saison. Wir wollen es nicht allzu lang machen von der Länge von den Videos und es wird auch nur zwei Teile geben, auch wenn wir aktuell ja beim fünften Rang stehen geblieben sind. Ich werde nochmal wahrscheinlich vier Gefechte rausnehmen und hoffentlich erreichen wir damit dann auch den ersten Rang, welche ich hier zeigen werde. Wir sind natürlich weiterhin mit der T61 unterwegs und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins erste Gefecht für dieses Video. So, und wir sind direkt im ersten Gefecht für diese Folge. Haben dort auf jeden Fall auch eine gute Division, was die Schiffe angeht im Gegnerteam. Yuga T61, gut Hitzestrahl, jetzt nicht unbedingt meine erste Variante, die ich nehmen würde bei den Schlachtschiffen. Und noch zwei weitere Kreuzer. Der Atlantik. Sind auf jeden Fall auch direkt geortet. Wir werden hier auf jeden Fall relativ klassisch Richtung C fahren. Also, wir können hier drinnen undILY ensemble who die Schiffe angehen, auch einfach mal gleich. Wir werden hier auf jeden Fall neu Corporation. Und wenn wir hier auf jeden Fallünk auszufertigen, dannとか oder irgendwann mal einer in den Schlachtschiff. Höcheln? so sieht auf jeden fall so aus als wenn der feindliche zerstörer auch hier in die richtung kommt dort ist auf jeden fall schon mal die hitze strahl sein divisions kollege 95 prozent ist es natürlich auch so ist auch schon hier im c punkt drin dass die vision natürlich gemeinsam rumfahren was ich jetzt nicht unbedingt mache wie es aussieht ich bin hier relativ alleine bei c gegen gefühlt den gesamten gegner team von daher müssen wir jetzt hier besonders aufpassen torpedos haben hier leider den feindlichen zerstörer nicht getroffen und dort auch noch der letzte gegner aufgeklärt bzw zerstörer ist natürlich noch nicht aufgeklärt aber wir wissen natürlich dass sie ja dass er hier auf der anderen seite der insel ist daher machen wir aktuell nur aufklärung und ich glaube unser team hat dort auf jeden fall auch nicht die schlechteste position die hitze strahl jedenfalls und der sehr abgespecht da lohnt es sich kaum noch torpedos hinzuwerfen während unser team auf jeden fall was die treffer punkte angeht noch besser aussieht wir machen jetzt hier mal unser sonar an elf die first okay da kommt jetzt der zerstörer rum wird vermutlich jetzt auch sein so nah an machen würde ich mal sagen ja da kommt es auch jetzt könnte es auf jeden fall sehr sehr haarig werden weil natürlich die t61 dort deutlich besseren support hinter sich hat trotzdem okay schöner treffer hier vom tactic der war wichtig obwohl das gegner team dort mehr oder weniger fünf schiffe in reichweite hat hat keiner wirklich von den gegnern anstand gemacht um auf uns zu schießen und diese eine salbe vom tactic war natürlich sehr sehr wichtig wir haben natürlich so oder so schon die t61 gut runter geschossen aber hätte sein gegner team inklusive pence cola die ja gerade rum kam dann schon vorher angefangen zu schießen denn hätte sehr sehr haarig noch für uns ausgehen können da sieht man mal wie wichtig das ist dass auch die schlachtschiffe oder alle schiffe einen zerstörer fokussieren die hitze strahl geht jetzt mehr oder weniger auf mit den blind beschuss auf uns und damit sollte die runde eigentlich auch durch sein die yuga wird dort alleine nicht mehr viel machen können links noch der kreuzer aber der ist mittlerweile auch relativ weit weg von uns können also doch hier noch den c punkt für uns behaupten yuga geht hier auf jeden fall jetzt gleich raus so ist es und damit ist nur noch die gokase übrig wird uns leider wahrscheinlich jetzt hier ein bisschen zeit kosten bis wir die gokase dort raus bekommen außer irgendein schlachtschiff landet dort einen guten treffer drücke ich jetzt mal tactic die daumen dass er die gokase gut trifft oder die california macht es sogar vorher umso besser keine zeit verschwendet und wir holen uns hier den stern sehr sehr geil und ich würde sagen wir gehen mal direkt ins nächste gefecht so wir sind im nächsten gefecht und haben hier auf jeden fall eine starke division im gegner team kann auf jeden fall eine schwierige runde werden sowohl was die schiffe angeht eine starke division als auch was die spiele angeht von daher gucken wir mal was dort so geht d61 yuga war spite sind auf jeden fall auch direkt geortet und ja auf der karte hat es eigentlich immer sehr gut funktioniert für uns im offenen bc bereich zu bleiben in der saison der a-bereich ist mehr oder weniger auch so eine kleine todesfalle als zerstörer weil es einfach zu leicht ist für kreuzer den a punkt zu blockieren durch die vielen inseln und auch der insel in der mitte kann sich dort einfach ein kreuzer reinspielen und dann ist man als zerstörer nutzlos man kann weder wirklich was mit torpedos machen man kann keine aufklärung machen man kann den cap nicht einnehmen da steht man sich zu tode mehr oder weniger da ist man natürlich sehr sehr viel flexibler auf der bc seite hier hat man viel bessere möglichkeiten aufzuklären wenn das gegner team sich auf a fokussiert kann man dort gegebenenfalls wie wir es schon häufiger in der saison gemacht haben den b punkt weg schnappen da haben wir auf jeden fall die yuga und damit denke ich auch dass der feindliche zerstörer hier rüber kommt hauen auf jeden fall mal unsere torpedos in dem bereich wo wir ungefähr auch rumfahren und schau mal ping hier mal unseren kollegen dass er nicht hier unbedingt rein fährt sonst ist die macken sind wahrscheinlich schnell draußen wir winkeln jetzt hier unser schiff so an dass wir nicht so anfällig gegen torpedos sind die vielleicht aus der mitte kommen treffen hier zwei torpedos auf die feindliche t61 und konnten ihnen auch denn mit der hop bewaffnung versenken sehr sehr guter rundenstart und da kommen auch seine torpedos haben daher auch direkt das sonar angemacht vermutlich wollte er gerade die torpedos rauswerfen dadurch war er bereit seite gehe ich mal davon aus unglückliches timing gegebenenfalls hat er auch noch nicht sein sein sonar angehabt hatte ich ja auch noch nicht hätte ich wahrscheinlich auch noch nicht gemacht das sind manchmal diese momente auch wenn es eine t61 ist mit sonar wo man halt einfach mal ein bisschen pech hat dass genau die torpedos in den in der sekunde kommen wo man bereit seite ist vielleicht um die torpedos selber rauszuwerfen ist mir in dieser saison auch schon einmal passiert wir haben nämlich mittlerweile einen relativ großen sprung gemacht was die runden angeht wir wollten das ja hier auf vier runden in dieser heutigen folge auch beschränken und sind dementsprechend schon ein stück weiter vorne mittlerweile in der saison und ja jetzt können wir natürlich gemütlich den b punkt blockieren auch wenn wir den a punkt gerade nicht einnehmen können können wir wenigstens den die punkte stoppen vom b punkt und wir generieren ja weiterhin punkte durch c dürfen halt nicht zu dicht ran weil ich jetzt nicht genau weiß wie weit die warspite von der insel entfernt ist worst case wäre natürlich dass wir jetzt hier von der warspite aufgeklärt werden ok da ist er 6,6 kilometer ist alles im grünen bereich scheinen sich beide nach links zu bewegen von daher machen wir das ebenfalls bleiben aber natürlich im b punkt drin um die punkte zu stoppen unsere renown dort sehr sehr breit seite allerdings die dalle ist natürlich dort im nahkampf auch kein problem gewesen unsere macken sind hat es auf jeden fall gut gemacht er hat genau das gemacht was wir ihn gepinkt haben dass er dort hinten rum fährt ich hatte nämlich echt angst dass er dort einfach stumpf in b rein fährt er pinkt uns jetzt sogar zurück also auf jeden fall ein spieler der auch mitdenkt wir spielen hier aber natürlich alles auf nummer sicher torpedos haben wir mal richtung was bald raus was bald weiß glaube ich immer noch nicht ganz so recht ob wir rechts oder links von ihnen waren zumindest hat er gerade mit seinem geschütz ein bisschen nach links geschaut und erwischen ihn jetzt hier auch sehr gut mit drei torpedos müssen uns jetzt hier leider nebeln weil er uns sonst aufklären würde ein brand wäre natürlich jetzt super so wir werden aber auf jeden fall aus unserem nebel raus fahren nutzen aber diesen nebel als deckung quasi weil es ist kein feindliches schiff sonst in reichweite was uns sehen kann das heißt wir können hier obwohl wir nicht im nebel drin stehen trotzdem den nebel für uns nutzen da kommt auch das blind fire etwas zu kurz hat vielleicht noch vermutet dass wir dort mehr oder weniger im nebel fast drin stehen und die warspite ist auch draußen und das ist spätestens jetzt die entscheidung den b-punkt können wir uns natürlich jetzt hier einnehmen ohne gegenwehr und damit ist auch nur noch die feindliche yuga übrig können jetzt hier nochmal aus unseren nebel kurz schießen also ich würde auf jeden fall gerne aber den b-punkt noch einnehmen danach können wir ruhig im offenen ein bisschen rum ballern haben nichts mehr zu verlieren in der runde warte aber so lange dass wir nicht wieder zurückgesetzt werden können und das sollte jetzt eigentlich ausreichen scheint dort aber auf jeden fall noch auf dem tactic aktuell fokussiert zu sein oder jc ich kann es nicht genau erkennen ich glaube er hat den tactic daher können wir hier gemütlich drauf schießen da dreht sein schiff und auch seine geschütze jetzt wie es aussieht nächste sei wir könnten auf uns gehen und bremsen gleich runter ok perfektes timing erwischt hat allerdings nur die hinteren geschütze erwischt hatte entweder noch nicht den winkel für die frontgeschütze oder hat etwas gewartet aber das ganze ist natürlich hier durch hat sogar noch mal extra für uns den hopp batterie nach lade booster genutzt glaube ich aber es macht natürlich keinen unterschied und die runde ist gewonnen gegen den nächsten stern dazu sind mittlerweile auf den dritten rang und ich würde sagen wir gehen auch direkt ins nächste gefecht so wir sind im nächsten gefecht diesmal auf der karte skandinavien hatten wir in der saison glaube ich noch gar nicht gehabt zumindest nicht als gezeigtes video bin mir nicht sicher ob ich schon mal auf der karte in der saison in den vorherigen runden gespielt habe ein zerstörer ein kreuzer drei schlachtschiffe im gegner team und natürlich auch in unserem die gewerteten gefechte sind immer gespiegelt von den schiffsklassen gegner team hat dort eine aviäre hatte glaube ich wenn ich mich recht erinnere einen sehr schlechten tarnwert im vergleich oder 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 wie sie sehen sehen sie nix aber dass wir gleich mal ein paar schiffe aufklären können speziell die schlachtschiffe haben wir schon mal die exeter die renown also zwei von den drei spielern aus der division und noch die ok da haben wir rechts die aviäre auch schon aufgeklärt und ja wie ich gesagt habe einfach einen verdammt schlechten tarnwert das schiff muss sie jetzt dort auch nebeln und wir können uns mehr oder weniger ohne gegenwehr wahrscheinlich jetzt hier den a punkt sichern auch die exeter hat er genebelt ja hat ihn aber nicht viel gebracht dort glaube ich einmal aus dem nebel rausgerutscht und dementsprechend hatte der techniker auch noch die möglichkeit noch mal zu schießen und nimmt die exeter natürlich auch mit den vernichten schlag raus juga natürlich einfach fantastisch für gewertete gefechte oder allgemein für standard gefechte einfach ein ultra starkes schiff auch nicht einfach mal unsere torpedos raus und gucken wir mal ob wir vielleicht noch mal gleich den der störer wieder finden nutzen unseren motor boost und da haben ihn auch schon wieder aufgeklärt diesmal hat er kein nebel wird uns aber auch aufklären aber es ist nicht so tragisch wir haben ja unser nebel zur not ist sie auch knapp in unserer sonar reichweite drinnen und treffen jetzt hier auch die new mexico mit unseren torpedos und die aviare ist halt unglücklich hier genau innerhalb unserer sonar reichweite gegen insel gefahren und ist natürlich jetzt nicht mehr in der lage irgendwie was zu machen und wird hier jetzt einfach rausgehen und ja damit ist natürlich die runde auch schon gegessen soweit die bayern haben wir noch übrig können uns hier gegebenenfalls noch in den punkt schlagen leichen wird aber wahrscheinlich gar nicht mehr notwendig sein torpedos könnten sogar sogar sehr gut aussehen ja drei von drei torpedos haben dort getroffen die renown guckt hier noch mal in unsere richtung ist auf uns aber damit haben wir gerechnet rechtzeitig abgebremst alles ging vorbei gehen jetzt ja auch zu und gucken wir mal ob die runde noch so lange geht dass wir hier uns den b-punkt holen können wenn ich dann ist das auch so ein paar extra ep nehmen wir hier natürlich gerne mit der jc dort auch mit dem großkaliber sehr sehr stark und natürlich jetzt mit schießen aber das ist gar nicht mehr notwendig und die runde ist gewonnen sehr sehr schön gegen einen weiteren stern dazu und ich würde sagen wir gehen mal direkt ins nächste gefecht so wir sind wieder auf der karte skandinavien unterwegs und wie ihr merkt haben wir jetzt hier leider den taktik nicht mehr dabei liegt da dran dass wir hier jetzt bei unserem lang eins spiel sind und der taktik hatte dort glaube ich einmal seinen stern sichern können bei einer niederlage wir haben leider in der saison stand jetzt zwei runden verloren beide male relativ eindeutig und sicherlich auch mit ein bisschen mit schulden von mir einmal habe ich unglücklich in der runde ein torpedos kassiert von zerstörer und das andere mal hat das gegner team uns einfach überrand zu schnell schiffe verloren konnte selber dort auch nicht viel machen weil eindeutige niederlagen sehr sehr frustrierend aber gut dementsprechend hoffe ich natürlich jetzt dass wir diese runde auch ohne den taktik gewinnen können haben hier auch zwei yugas im team und eine west virginia also drei schlachtschiffe und ja wir machen es auf jeden fall ähnlich fahren erstmal richtung a versuchen den a punkt einzunehmen feindlichen zerstörer aufzuklären und dann gucken wir mal was sich so ergibt da ist die a ober hauen auf jeden fall mal unsere torpedos raus nicht geortet okay hier ist die boy boy lernen wir hier für unser team auf pingen wir natürlich auch auch unsere west virginia hat ihn gepinkt aber irgendwie schießt gerade keiner okay jetzt bin ich auch aufgeklärt eröffne natürlich dann hier das feuer auf den zerstörer neben uns jetzt hier auch okay das tat mal richtig weh das ist natürlich bitter auch wenn uns der zerstörer selbst nicht viel schaden zugefügt hat da war das gegner team definitiv auf der schlachtschiff seite deutlich wacher und hat direkt den zerstörer in dem fall uns gefokust das sowas natürlich immer bitter speziell weil es ja nicht so war als wenn wir ewig aufgeklärt waren und der zerstörer und gegner team kurz sondern es war genau andersrum wir haben erstmal für eine lange zeit die boy boy aufgeklärt während wir selber noch zu waren und dann waren wir gefühlt für zwei oder drei sekunden und selber offen und haben uns dann auch direkt genebelt aber genau in der zeit haben zwei oder drei feindliche schlachtschiffe und der kreuzer glaube ich auch auf uns geschossen und so haben wir einfach mal 13.000 treffer punkte verloren während den feindlichen zerstörer niemand wirklich getroffen hat und so war das auch ungefähr in der einen niederlage die wir hatten da war ein ähnliches szenario gegnerischen schlachtschiffe hatten entweder einfach das bessere timing dass sie gerade nachgeladen waren oder waren ein bisschen aufmerksam und haben auf jeden fall den zerstörer gefokussiert das macht die runde natürlich sehr schwierig jetzt wobei wir trotzdem unseren a punkt hier das erste einnehmen konnten für unser team auch wenn das schlachtschiff diesen jetzt blockiert denn sie knapp den torpedos ausgewichen müssen wir persönlich natürlich jetzt ganz ganz vorsichtig sein in der runde aber die tennessee sollte auch jeden moment raus gehen aus bald ist im a punkt angekommen wenn wir gerade nicht viel machen aber wir haben nur noch die a o bar auf der b seite wenn die a o bar von unseren schlachtschiffen raus geht ist dort wenigstens der weg frei um b zu einzunehmen an die waspite werden wir hier nicht so schnell rankommen die parkt da gemütlich erstmal hinter der insel ja treffer punkte mäßig sieht es in ordnung aus wir haben natürlich sehr viele verloren aber zerstörer ist natürlich immer noch relevant solange er am leben ist egal ob durch torpedos aufklärung oder einfach punkte einnehmen immer gefährlich und daher sollte man natürlich zerstörer bei möglichkeit auch immer fokussieren und als erstes versenken außer man hat natürlich irgendwie einen anderen sicheren kill dann ist es natürlich was anderes so die auber fährt dort breitseite raus bremsen aber ein bisschen runter sollte hier eigentlich jeden moment raus gehen aber das habe ich mir auch gedacht dass wir mehr support gegen die boyboy am anfang haben was dann nicht der fall war ok aber da fliegen einige granaten zur auber und wird auch versenkt damit sieht es natürlich richtig gut aus in der runde der feindliche zerstörer konnte jetzt auch nicht wirklich viel machen er hat ja nicht mal den a-punkt eingenommen das hat ja das schlachtschiff übernommen und in 20 sekunden haben wir auch mehr oder weniger unsere gesamte palette an verbrauchsmaterialien wieder einsatzbereit dementsprechend sind wir dort auch für alle Eventualitäten gewappnet das Gegnerteam hat natürlich jetzt hier die zwei Punkte aber das ist der Grund warum ich Richtung B fahre wenn wir den B-Punkt einnehmen dann wird das Gegnerteam dort nicht so schnell hinkommen so die Versuchung war dort sehr sehr hoch auf den Zerstörer zu schießen der wenig Trefferpunkte hat allerdings werde ich den auch aufgeklärt und ne 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 ich gehe hier kein Risiko ein wenn einmal die Warspite drüber schießt drei Granaten trifft sind wir draußen da sind wir einfach nützlicher für das Team wenn wir hier zum Beispiel die Boiwei wieder aufklären er brennt gerade wie es aussieht dadurch hat er einen furchtbar schlechten Tarnwert oh und super Treffer hier vom JC damit ist jetzt die Runde natürlich komplett gegessen okay da ist ein Nebel zwischen von daher können wir ruhig hier mal auf die Warspite schießen fahren aber trotzdem hier Safety First egal was passiert die Richtung B der JC hier auch mit einer super Runde Großkaliber Warspite geht natürlich jetzt hier auch gleich raus denke ich mal und dann ist auch nur noch ein Gegner übrig die Yuga die dort irgendwo hinter der Insel steht ja sehr sehr schön damit haben wir es auch geschafft wieder den ersten Rang zu erreichen auch wenn diese Runde speziell sehr sehr schlecht angefangen hat weil das gegnerische Schlachtschiff Focusing sehr sehr gut auf uns war konnten aber trotzdem überleben und wenigstens Aufklärungsarbeit leisten und Punkte einnehmen das war natürlich auch wichtig und es gibt natürlich auch dieses Mal wieder ein paar Belohnungen sehr sehr geile Sache Abschließend werfen wir natürlich nochmal einen Blick wie gewohnt auf den Wehrpass von der 62. Saison haben insgesamt die Saison mit 88% Siegrate beendet 17 Gefechte benötigt 1770 durchschnittliche Erfahrung und ein Zerstörungsverhältnis von 4,25 ich persönlich bin auf jeden Fall sehr sehr unzufrieden mit dieser Saison speziell das schlechte Zerstörungsverhältnis welches wir hier erzielt haben ärgert mich persönlich wir haben zwei Runden insgesamt verloren und ja beide Runden waren relativ eindeutig ich weiß nicht ob das gewinnbar gewesen wäre hätte ich dort eine bessere Runde gespielt das eine Mal bin ich glaube ich unglücklich durch ein Zerstörer Torpedo rausgegangen und im zweiten Gefecht hat das Gegnerteam einfach besseres Fokusfeuer gemacht wo beide Zerstörer quasi aufgeklärt waren und das hat mehr oder weniger den Unterschied gemacht aber allgemein hätte ich auf jeden Fall in der Saison definitiv ein bisschen vorsichtiger spielen sollen Zerstörungsverhältnis von 4,25 wirklich nicht das Beste und ja 88% Siegrate auch eine der schlechtesten Saisons in den letzten Monaten wir können uns ja mal als Referenz angucken wann ich mal eine schlechtere Saison hatte von der Siegrate her hier haben wir in der 43. Saison ähnliches Ergebnis allerdings mit besseren Werten ähh gucken wir mal davor 94 100 100 100 100 100 88, 100, 89, 100, 100, 100, 100, 93, 100, 88, 100, 100, 100, 94, dann haben wir 94, 94, 100, denn hier, Saison 20, also wirklich über 40 Saisons her, wo wir noch ein schlechteres Ergebnis erzielt haben. Da hatten wir nämlich das Ganze mit 79% beendet, also wirklich im Vergleich doch eher eine sehr, sehr schlechte Saison und ich bin zufrieden mit meiner eigenen Leistung, natürlich auch nicht wirklich. Aber was soll man machen? Ich habe eigentlich in der Saison recht gut reingestartet, hat man glaube ich auch gesehen, im ersten Video haben wir wirklich einfach die ersten vier Gefechte gezeigt, die wirklich alle geil waren und irgendwann hinten raus ging ein bisschen die Konzentration auch verloren und dann bin ich einfach ein bisschen übermütig geworden, vielleicht weil es auch am Anfang so gut lief und dann bin ich auf jeden Fall ein paar Mal unnötig rausgegangen. Nichtsdestotrotz haben wir auch wieder den ersten Rang erreicht und das war natürlich das Hauptziel, ich hoffe ihr habt auch wieder Spaß beim Zuschauen gehabt, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze, schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr meinen Twitter Account, meinen Twitch Kanal, meinen Discord Server, schaut dort gerne vorbei, ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Leute, haut rein, ciao, ciao. Ciao. Ciao.